Ein herzliches Grüß euch bei deinen Old Gamers und zwar dabei wieder der Güllügris und der Knechti und heute sind wir dabei, weil, da sieht man das, wegen zwei Barmer extrem schief und drüben ist einer, das sollten wir wegschneiden, der hat sich von den Nachbarn drüben, glaube ich, irgendeinen Rückgewogen ausgepackt mit einem Gerät mit einem kleinen dazu. Schauen wir mal, wenn einer raufkommt. Grüß euch. Ah, da ist er ja schon, kommen wir uns aber. So, der Steirer 88 oder 98, ist ja was, irgendeinen, der Schöpfer den Berg, nein, ist ja ein Steirer, auch 98, genau. So, ich glaube, ich würde einmal ein Stemplem, ich würde noch einmal den Pfadern umschneiden, dann musst du schauen, wenn wir aufmettern, weil, wenn ich mettern muss, mag ich nicht am einen anderen Rennen. Ist nicht mein Ding. Bitte passen wir auf den Kuhlstuhl auf, gell? Ja, ja, der kommt mitten in den Kuhlstuhl rein. Schauen wir mal, was da, was wir schaffen. Wo er hinfliegt. Naja, wer sagt es dann, ha? Sehr gut. Die Kühe sind gerettet. Warum kann ich nicht ausmaßen? Nein, geht nicht. Ich weiß schon warum. Ich glaube, ich renne ein bisschen. Ja. 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 Ich und Faust, naja. Gut, das denkt man nicht Faust, das war eine Notwendigkeit, oder wie? Ja. Der hat gestört da. Ja. Fast. Christian, ich stelle mich jetzt auf wie lang, ungelb, ja? Nein, ich glaube, gut. 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 Ja, gut. Gut, ja. Passt. Gut. Ja, das ist ja schon durch. Ja, da werden wir noch runterfetzen. Gut. Ich sicht dich zwar nicht. Ja. Ist ja. Ja, und da noch einmal. Die Spitzel schneid weg, dann geht's schon. So. Schneid gut noch. Was, dann laden wir den auf. Das will ich jetzt einmal filmen. Hehehe. Die können wir jetzt wieder aufsetzen, aber das geht nicht. Ah, ich kann sagen, dass... Ich mach den kleinen Flugmodus an. Hoppala. Flugmodus. Die gehen wir in die Rehe und schauen wir ihm zu. Schauen wir einmal, wie er trifft. Bumm, 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 bumm. So. Na, dann werden wir einmal schauen, was wir für ein Blödsinn sind. Ich brauch was zum Lachen. Ich glaub, du musst einmal x drucken, du musst jetzt einmal die x rausfahren. Wenn's nur gang hatten. Aha. Warum? Gehen wir es nicht? Nein. Brauchen wir keinen. Na, vielleicht ist es n oder irgendwas anderes. Nein, wurscht. Nein, ist der Kranbediener. Na, geht schon. Dann tu ich. Nimm's. Aber in einer Viertelstunde sollten wir schon, wenn ich einen Anstamm drauf bekomme. Ich weiß nicht. Hoppala. Ja, er tanzt. Er tanzt mit den... Aha. Ja, es wird, es wird. Er täte ihn da mitnehmen, weil sonst hat er Übergewicht. Schaut gut aus. Mit deiner dynamische Aufnahme. Oh ja. Ah, Zangel, du. Jetzt liegt der Traktor gleich. Oder nicht? Schaut mal, wo ich ihn angeschnitten hab. Er hat ihn doch schlecht erwischt, ja. Du hast mich schlecht angeordnet. Was tust du denn da? Ja, ich tu mich ein bisserl spielen. Ja, meine lieben Herrschaften, die Minuten sind vergangen, glaube ich. Ich hab die Stoppuhr nicht mit drin, ne? Ich muss mir Wetten abschließen, wenn 15 Minuten einer oben ist oder nicht. Nicht in Raffenloh, ne? Den Raffen wirst du noch brauchen zum Wegfahren. Gut, man ladt das nicht hoch. Ne? Drehen. Ja, in die andere Richtung. Ja, jetzt wird's was. Jetzt schaut's gut aus. Das ist noch ein richtiger... Naja. Ich bin gefreut, dass du die einfache Kransteirung eckst, oder was? Was weiß ich. Ups. Heben war nicht schlecht. Ausleger ausfahren. Ich glaube die Maus 4, ja. Ui, 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 ich glaub der fällt rüber. Ah, der fällt nicht rüber. Der rutscht aber. Ja. Der hört aber schon gut aus. Hm. Wo ist denn aus? Vielleicht fällt er eine. Sonst jetzt vor Zube mit dem Arm. Ja, meine Herren, den ersten haben wir oben. Die Wette habt ihr verloren. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich hab noch nicht auf die Uhr geschaut. Ich muss dazu sagen, das war seine Idee. Wenn ich gehässig bin. Ja, genau, da ist er mitten. Nein, runter. Ja. Ohohohoho. Er hat schon vorher probiert, ob er mit der Zange einmal zusammengreifen kann, ob sie geht. Ah. Ja. Wie macht das, wie macht das der Heißklimmer? Der haut ihn auch wieder auf. Ja, du solltest nur hochheben einmal im Vorderarm in die Höhe. Ja. Ja, er hebt ihn noch höher. 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 Ja, wenn er nicht höher geht. Warum geht er nicht höher? Das ist einfach die Kranzsteuerung. Das klumpert. Wahnsinn. Ich weiß, was anderes Leute. Was ganz anderes, ja. Ich will dir helfen kurz. Ja. Ich würde es selber zusammenbringen. Hört der eine gesagt. Dabei zeige ich euch die Entwicklung der Bindern. Ihnen ein Video, ein kurzes, oder? Geh, fahrt ein Stückchen, führe ich. Hoppala, jetzt flieg ich. Geht schon. Ich flieg. Ups, bleiben wir da. Ein Stückchen zurück. Aha, da. Da, jetzt fahren wir die Stützen. Warum gehen ja die Stützen wirklich nicht aus? Okay, die gehen ja wirklich nicht, aber passt schon. Bin ich das? Ich weiß nicht. Ja, das kommt jetzt von Traktor aus auch bedienen, interessanterweise. Hör auf einmal kurz. Hör auf einmal kurz mit Steirung. Ja. Okay, das könnten ich von Traktor drinnen auch bedienen. Aber tu nur. Gut zum Wissen. Ich tue jetzt gar nichts. Also wir gehen ein Stückchen zurück mit Antwort. Wir gehen ein Stückchen zu hoch, bitte. Uwe. Wollen wir mal nach oben. Oh, jetzt drehen. Jetzt einfahren. Und jetzt runterfahren. Ja, geht's ja. Zusammen zwicken. Jetzt zusammen zwicken. Jetzt müssen wir es noch ein Stückchen. Nein, geht's schon. Der Stamm ist schon stark. Heben. Alter, das wird ja schon. Nein, die andere Richtung. Ja, hab ich schon gesehen. Heben, heben. Heben, heben. Ja, drehen. Ja, einmal um die Knäckse. Schau gut. Und jetzt runterlassen. Nein, nein, Zube noch. Siehst du das nicht? Ja. Was für Kransteiger und Karstentuch. So, und jetzt losen aus. Hup, auslassen. Ja. Ja. Ein Stückchen nach vorne, bitte. Ja, wieder. Ich bin so nett und fahre dir ein bisschen Zube. Ja. Ja, und jetzt runterlassen. Und jetzt drehen. Ich frage, wie lange die Aufnahme schon ist. Das habe ich jetzt nämlich nicht geschaut. Aber das kann ja nicht so lang sein. Und jetzt heben. Andere Seite, Christian. Den könnten Sie Forstarbeiter Beispiel nehmen. 15 Minuten für vier Stämme. Die, die dann viel haben, sind es Neger. Ah, darf man nicht sagen. Pleite. Bitte nach vorne ein Stück. So, der liegt in dem Tier. Du hast einen Drehturm. Pass auf, dass ich dich nicht erwische, gell? Nein, mich kannst du nicht erwischen. Ich sitze im Traktor. Ich bin nicht fliegend unterwegs. Das war mir als gefährlich, nach dem Stamm, wie wir es kriegen, wie sie sich bewegt haben. Warte. Hopp. Ah, geht schon. Na, na, na. Andere Richtung. Jawohl. Bänken. Dusch. Nicht runterhauen. Höher heben. Hebsicher. Höher, höher. Druck. War wieder in die linke Seite. Ja. Jetzt hast du gesehen. Du hast mich befreit. Das war's verkehrt. Das war's verkehrt. Jetzt ist er unter dem Traktor. Jetzt liegt der Traktor. Noch nicht ganz. Ah, ja. Christian, was tust du? Warum schwenkst du ihn nicht aus? Ja, weil das... Warte ein bisschen, hör auf. Ich will weg. Tue ich nix, tue ich nix. Da, jetzt hab dir ich geholfen. Geht schon. Jetzt heben wir ihn auf. Nein, nicht schon wieder hinein. Hast du den... Bist du mit dem Joystick? Ja. Das haben wir gedacht. Das haben wir gedacht. Nein, da hängst du schon wieder. Becker. So, hochheben. Na, hoch. Das ist die andere Richtung. Hast du das verkehrt programmiert? Ja, ich werde immer mehr, Herr Ladini. Na, warte, lass schon. Bleib. Hör auf einmal, tu nix. Brutal. Warum? Jetzt nur von hinten auf, jetzt sagen. Jetzt träumen. Wird nur von hinten auf, jetzt sagen. Hast du gesehen? So, das erste Ding haben wir mal. Jetzt fahren wir dann so an den nächsten Baum. Und dann tue ich mir dann weiter.